Großer Andrang herrschte Mittwochabend beim dritten Industrie- und Zukunftsforum von Salzburger Industriellen Vereinigung, Oberbank und Salzburger Nachrichten im stimmungsvollen Hangar 7. Als Star des Abends war Österreichs Außenminister Sebastian Kurz angekündigt. Der 29-jährige Politiker nahm denn in seinem Vortrag und danach im Interview mit SN-Chefredakteur Manfred Perterer auch ohne Umschweife zum aktuellen Thema Flüchtlinge Stellung. Klarer Worte, ja die Situation ist außer Kontrolle und ja wir haben ein massives Problem. Sie müssen sich vorstellen, es kommen jeden Tag rund 10.000 Menschen von der Türkei in Griechenland an und werden vollkommen unregistriert bis nach Mitteleuropa weitergewunken. Die Staaten haben mittlerweile das übernommen, was früher die Schlepper getan haben, nämlich die Menschen möglichst schnell bis nach Mitteleuropa durchzuwinken. Wir glauben ja oft, dass alle, die zu uns kommen, Kriegsflüchtlinge aus Syrien sind. Die Wahrheit ist, rund 20% der Menschen, die derzeit nach Europa kommen, sind Syrer. 80% sind aus anderen Staaten. 75% der Menschen, die hier zu uns kommen, sind jung und männlich. Die Masse ist muslimisch und die Wahrheit ist, dass meistens die Frauen, die Kinder, die Kranken, die Verwundeten, die Ärmsten, der Armen in der Region zurückbleiben. Es gibt sehr viele Mythen, dass die Hochqualifizierten kommen, die syrischen Ärzte und viele andere. Die Wahrheit ist, die Masse hat keinen akademischen Abschluss. Insofern, ja, ich glaube, man kann die Dinge beim Namen nennen. Natürlich wird es einen Zaun brauchen, wenn man in der Mitte den Grenzübergang absichern möchte und verhindern möchte, dass die Menschen links und rechts vorbeigehen. Wenn die Türkei will, dann kann sie innerhalb von wenigen Wochen die Flüchtlinge aufhalten und nicht mehr nach Griechenland durchlassen. Ich bin nicht gegen die Kooperation mit der Türkei. Ich bin nur der Meinung, dass wir nicht so feig sein sollten, nur weil wir uns die Hände nicht schmutzig machen wollen und das, was wir selbst erledigen könnten, nicht selbst erledigen wollen, dass wir jetzt alles der Türkei übertragen. Das bedeutet, dass der syrische Flüchtling verkauft sein Haus, um den Schlepper zu bezahlen, macht sich auf den Weg nach Europa mit dem Gefühl, er ist dort willkommen und ist dann vollkommen fassungslos, wenn er in der Türkei aufgehalten wird. Das ist weder sonderlich schlau, noch ist es sonderlich menschenfreundlich. Klare Ansagen zu brisanten Themen. Sebastian Kurz hat beim Industrieforum niemanden enttäuscht.